Aber die Individualität des Einzelnen, die macht das Ganze besonders interessant und natürlich auch spannend. Und das Spannende ist ja auch, dass man für sich selbst... Ich habe gehört, dass die Universität gaspigiert hat und nicht. Von Falling. Hätte euer System, das ist ja nicht, wie Sie schon genannt haben, eine geschlossene Linie, gleichzeitig den Vorteil hätte, dass man auch dort... Woher ist ja nie einig, aber ich kann es dir einsch Yok. Woher ist ja kein Problem? Wie ist das? Woher ist ja eigentlich so? Ich habe das Gefühl, dass ich heute in der Schule lange richten, Da ist es ja nicht, wie ich schon offen bin. Ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch! Geht in der Schule, in der Schule. Geht in der Schule. Woher ist ja nicht, woher ist, Woher ist ja nicht, woher ist es nicht, woher wird. Woher ist es nicht, woher ist es nicht, woher ist. Da ist es das Buss noch nicht. Der Punkt ist der, wir müssen ja beides zusammen kriegen. Wir können nicht einfach in 30 Jahren denken, dass alles gut ist. Der Punkt ist eine 50-50-kans. 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 Und jetzt ist eine 50-50-kans. Der Punkt 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 ist eine 50-50-kans. Wir alle ohne Kopftuch treten sehr selbstbewusst auf und es ist sehr klar, dass das nicht nur die ist ja auch eine Zeit lang zurück gewesen, aber es ist sehr klar, dass das nicht nur in the air of the gun, here I know, how to back down und es ist sehr klar, dass das nicht nur in the air of the gun, here I know, how to back down und es ist sehr klar, dass das nicht nur in the air of the gun, here I know, how to back down und es ist sehr klar, dass das nicht nur in the air of the gun, here I know, how to back down und es ist sehr klar, dass wir 60% CO2 haben. Ich meine, das ist sehr klar, dass das eine Philosophie im Samstag, in vier Minuten den SW3. Die Kunsthandwerker, die hobbymäßig häkeln, in den malen Stuhlern, um für Influss, obwohl ihr auch in dem Leben fast stand, ist hier, wir haben die coole Regelung. Und bald ist hier straight in the street. There you go. I can have a head up, but... I think gonna strike us. So sorry. Dann können Sie die Projekte hintereinander schalten. Ich habe vorhin gesagt, wir können solche Projekte nur priorisieren. Ich habe vorhin gesagt, wir können solche Projekte nicht aussehen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Es funktioniert noch nicht schlecht. Es funktioniert gut. Es funktioniert noch nicht. 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 wie viele leute wie viele leute Aber was ist die juiste Kälte? Klasse 1, die große 1-Tilo-Packung für nur. 9,90. In allen Rändern wird zwischen Lottoannahme stehen. Jetzt bei TD. Unglaublich! Als es auch smart kann. Nicht in der wachtkamer bei der Doktor. Und rein. 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 Insage können kriegen. 13 Grad, ansonsten geht's kaum. Von Richtung Nürnberg, zwischen Oeringen und Neuenstein. Hallo zusammen und happy Samstag in Hessen. Der halbe Tag ist schon rum. Wie ist bisher so gelaufen? Das war so unangenehm. Ich möchte jetzt gerade, schon wieder, wenn ich daran denke, im Boden füllen. Karlsruhe. Ja, müssen Sie. Braucht ihr da länger? Eine halbe Stunde verliert ja auf der A46 Düsseldorf-Wuppertal zwischen Hahnwest und Hahnost drei Kilometer. Noch mal eine halbe Stunde. A46 Wuppertal-Heinsberg zwischen Düsseldorf-Holthausen und Häusen. Das ist ein 2 Kilometer. 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 Da gibt es lecker Bratkartoffeln, aber auch ganz viele Sagen und Mythen über den Harz zu entdecken, was das sein könnte. Unser Lieblingsplatz der Woche klären wir gleich auf 20 nach 2 hier. Schönen Samstag. NDR 1. Wir in Niedersachsen. NDR 1. The only thing that lets be something. NDR 1. The only thing that lets be something. NDR 2. The only thing that lets be something. NDR 1. The only thing that lets be something. NDR 1. The only thing that lets be something. Saskia Adrians reistet door het hele land en kreeg een bijzonderk. NDR 2. The only thing that we call a Sargent. NDR 1. The only thing that sees a Sargent. Das ist eine Doomsefe. Oh, my daddy is. Ja, om de kranen op te stellen om de units te plaatsen en die banen moeten dan nog doorgetrokken. UuuuhhhhhhhhhhhhHHhuuuhhuuuuhhhharahhh the��� facilitare topegaisif und mit schмиbsitsen gesprochen Gestern Abend, haben sie gesehen, vielleicht hab ich auch welche beim einschlafen. Musik Musik Mein Zug im Deutschen Renten abgefahren, aber wir können ja mal, mein Alter, vielleicht so ein bisschen 20 Jahre zurück, da werden nicht etliche Jungs in dem Genre... Ein Topf. Eigene Gulaschkanone. Ein Zweifel ist bei euch, gerade Musik gespielt von Fastboy und Rafter. Musik Das Geschwerteobjekt, sag ich jetzt einmal, bekommt man sehr lange. Musik Musik Das Geschwerteobjekt, sag ich mal, ist das Geschwerteobjekt. Musik Das Geschwerteobjekt, sag ich mal. Musik Das Geschwerteobjekt, sag ich mal. Das Geschwerteobjekt, sag ich mal.